Verehrte Reiseinteressenten, mein Name ist Jürgen Kutze. Meine eigene Reiseleidenschaft hat mich zu einigen der schönsten Ziele auf dieser Welt geführt. Gerne stelle ich Ihnen mit nachfolgendem Film eine ganz besondere Destination vor. An der Nahtstelle zweier Welten, inmitten des düsteren Nordmeeres, hat sich vor Jahrmillionen eine Insel aus den Tiefen des Ozeans erhoben. Dort, wo sich der mittelatlantische Rücken wie eine Narbe von Nord nach Süd zieht, wurde die vorherrschende Dunkelheit hell erleuchtet Und die unbändige Kraft der Natur hat hier eine Insel hervorgebracht, die so viel Schönheit offenbart, wie kaum ein anderes Land auf unserem Planeten. Vor rund 1000 Jahren kamen die Wikinger auf die geheimnisvolle Insel. Ihre Raubzüge trieben sie über die Weltmeere, doch hier hatten sie eine Heimat gefunden und ließen sich nieder. In der rauchenden Bucht gründeten die Wikinger Reykjavik, die nördlichste Hauptstadt der Welt. Weltoffen zeigt sich das Land, reich an Kultur und noch reicher an Naturlandschaften. Zahllose Wasserfälle stürzen sich der Küste entgegen und wer Glück hat, kann beobachten, wie das Licht des Nordens zu tanzen beginnt. Am Nachthimmel über der Insel aus Feuer und Eis. Island zu erkunden, gleicht einem nicht enden wollenden Traum. Wunderschöne Wasserfälle, bis ins Tal ragende Gletscherzungen, Vulkanlandschaften und speiende Geysire. Ich selbst habe Island mehrfach zu jeder Jahreszeit besucht. Mit dem Wagen auf der Ringstraße rund um die Insel, mit dem Jeep und Zelt quer über die Hochebene oder mit Kreuzfahrtschiffen zu entlegenen Fjordeln. Wenn Sie dieser Film inspiriert hat und Sie möchten Island selbst hautnah erleben, sind wir jederzeit gerne für Sie da. Wunderschöne Wasserfälle, bis in der Ringstraße, bis in der Ringstraße, bis in der Ringstraße.